Hallo Notebook Journal Community, wir von Schenker Notebook haben heute nagelneu die neue Grafikkarte von NVIDIA mitgebracht, die GTX 480M. Ihr seht schon, alt bekanntes Chassis Clevo D900F, hier ganz neu verbaut, die GTX 480M. Auch für die Insider, die an D900F schon mal aufgeschraubt gesehen haben, neues Kühldesign. Die erhöhte Abwärme dieser Grafikkarte braucht eine spezielle Kühlung. Hier hat Clevo sich etwas einfallen lassen und im alten Slot der zweiten Karten einen neuen Kühler eingesetzt. Weiterhin seht ihr hier die riesige Heatpipe für CPU, Chipsets und den RAM. Hier kann man nochmals den dritten Lüfter drauf montieren. Also für die Kühlung dieser Komponenten ist gesorgt. Jetzt erzähle ich hier von Komponenten. Das ist was ganz Spezielles hier verbaut, nicht nur diese tolle Grafikkarte, sondern Intels stärkster 6-Kern-CPU. 89X heißt das gute Stück, hat 6 Kerne, kann nochmal 6 virtualisieren bis zu 3,6 GHz im Turbo-Modus. Ebenfalls seht ihr hier den Arbeitsspeicher, zwei Module. Die Core i7-Desktop-CPUs haben drei Kanäle, die nutzen wir natürlich aus. Auf der Rückseite des Geräts von unten ist nochmals die dritte Bank verbaut, in diesem Gerät mit 3 x 2 GB. Weiterer Vorteil des Clevo D900, das Gerät kann mehrere Festplatten aufnehmen. Im Hauptfestplatten-Slot sind zwei verbaut und am Akku die dritte Festplatte. In diesem Fall hier eine SSD, zwei 500er im RAID-Verbund, damit die ganze Sache richtig Spaß macht.